einen wunderschönen guten tag liebe seele ich hoffe dir geht's gut und ich würde mich so freuen wenn du das video einfach mal likes kommentiert und den kanal abonnierst damit wir gemeinsam wachsen können was natürlich unglaublich stark ist denn jede interaktion hilft diesem video weiter ausgestrahlt zu werden vor allem in der ersten stunde oder den ersten zwei stunden ist es enorm wichtig deswegen anschauen und auf den daumen nach oben klicken kostet vielleicht ein bisschen überwindung aber kostet kein geld so was haben wir heute in unserer energie wir haben zwei wundervolle decks wieder mit dabei das monologie um die seelenbotschaften und wir haben das le normand deck mit für die tagesenergie ja gestern war vollmond er war auch sehr sehr transformativ prägend für den ein oder anderen auch sehr triggernd jetzt aber können wir die fülle daraus ziehen und schauen mal ob die energie des tages genau das gleiche auch zeigen möchte wir sehen hier auf jeden fall schon einen schönen klaren weg für dich ja das ist etwas was sehr wichtig sogar ist wir sehen auch das wichtige entscheidung anstehen sehr wichtige entscheidung sehr weitreichende entscheidung und wir brauchen jetzt noch ein ja wundervoll wir haben heute ein only positive blatt also fast nur positivität im blatt liegen was natürlich das ganze hier ja stark macht es ist auf jeden fall ein tag wo du sehr viel darüber nachdenkst was ist deine berufung oder hat das was ich tue überhaupt einen sinn langfristig gesehen hier ist ein bisschen die resignation oder eben die transformation zu spüren weil du weißt es ist noch mehr was in dir schlummert und du lebst noch gar nicht dein volles potenzial aus und genau darum geht es dein potenzial zu finden da haben wir zum beispiel die natur mit dabei gehe hinaus ins grüne atme fühle die sonnenstrahlen auf deiner haut den wind in deinen haaren tanke energie somit hast du nämlich eine hohe selbstfindung und der schönste ort in der natur ist heute in darmstadt im theater im pädagog da bin ich live mit unserem programm selbst liebe grenzen setzen selbst liebe liebe dich selbst ja kommen vorbei ticket kostet 25 euro ich würde mich freuen den ein oder anderen noch anzutreffen und die tickets die ihr jetzt im shop bestellt sind günstiger als an der abendkasse euer name kommt dann aber auf die gästeliste und dann kommt ihr einfach rein so genau in der natur wirst du nämlich heute genau diese energie finden die du für deine erdung brauchst die du aber auch brauchst um das verständnis zu bekommen was willst du überhaupt dieses innere bedürfnis nach veränderung ist ja schon lange da aber du konntest es noch nie greifen du konntest es so noch nie greifen weil dein weg bis dahin noch nie in der fülle so angenommen wurde von dir ja das hat auch was mit der selbstsicherheit zu tun die noch nicht da lag die heute aber einen sehr sehr prägenden aufsteigenden ast zeigt das hat auch was damit zu tun dass hier deine deine arbeit auch sehr viel raum eingenommen hat und dir teilweise so viel energie geraubt hat dass du gar nicht weiter denken konntest in der natur heute findest du aber eben diese erdung und wirst sie auch benötigen und dann auch eine sehr sehr wichtige erkenntnis für dich bekommen nichts ist in stein gemeißelt der bewegliche wohnt und das ist schon mal etwas was dein denken so komplett umschweifen wird ja und das ist gut so dass es umschweifen wird denn du hast den impuls dass alles eh so ist wie es ist das ist alltag es muss so sein ähm weil irgendwie muss man sich auch ernähren ja sicher ist sicher aber nichts ist in stein gemeißelt du wirst merken dass gerade wenn du dich dir selbst widmest immer mehr auch ja faktoren aufkommen die dich die dir aufzeigen dass du einfach unzufrieden teilweise bist und diese unzufriedenheit hemmt ja dein wahres sein in seiner kompletten fülle jetzt aber kommt nach und nach und nach nach der raum der dir gegeben wird um dich zu entfalten und deswegen heißt es auch nichts in stein gemeißelt du bist nicht nur das was du denkst sondern du kannst auch noch sehr viel mehr aus dir herausholen und das aus dir herausholen bedeutet eben dass du auch die ein oder andere entscheidung heute fällst die mit arbeit zu tun hat oder mit mehr lernen zu tun hat auf jeden fall aber mit öffnung für deine zukunft zu tun hat dass du auch mal dich in den mittelpunkt stellst denn das passiert leider noch ein bisschen zu wenig ja es ist reisezeit jetzt ist ein moment oder wunderbarer moment um eine reise zu planen oder spontan eine zu unternehmen deine seele sehnt sich nach frischem wind ja nichts ist in stein gemeißelt du brauchst diesen frischen wind weil dein lebensweg jetzt eine ein neues kapitel klingt immer so theatralisch aber es geht schon in richtung neue anfang neu beginn oder eben auch der nächste schritt im leben ich glaube das ist ganz gut der nächste schritt im leben wir haben hier eine klarheit zu dir die du gewinnst diese klarheit bringt dir nicht nur sicherheit sondern sie öffnet dich auch für dein wahres potenzial das haben wir schon gesagt die reisezeit zeigt dir auf dass genau das auch gelebt werden möchte und du kannst nur wachsen wenn du vorangehst du kannst eine blume jetzt nicht im nachhinein gießen wenn sie vertrocknet ist ist sie vertrocknet natürlich kannst du noch versuchen zu retten aber der fehler wurde in der vergangenheit gemacht deswegen dein ist moment gibt dir so viel energie dass du jetzt wachsen kannst schau also nicht nur zurück sondern geh jetzt auch mal voran das ist für dich ein ganz ganz wichtiger impuls ganz egal ob du es jetzt mit einer reise tust die deiner seele mal gut tut oder ob du die reise jetzt als neuanfang annimmst anpassung ist gefragt der abnehmen der halbmond auch das ist natürlich sehr cool weil wenn nichts in stein gemeißelt ist dann ist die anpassung gefragt ja das heißt okay ich kann doch ein bisschen aus der norm aussprechen ja raus aus der norm und rein in dein wahres seelenfeld das ist so das motto deines tages und eben das zeigt dir jetzt dann auch auf ja ich habe mich so ein bisschen hinter meinem mutter thema versteckt und das mutter thema ist anerkennung weshalb du dich eigenständigkeit eventuell noch nicht so ganz getraut hast das mutter thema liegt aber auch so ein bisschen im außen dass du keine schwäche zeigen willst wir haben nämlich hier einen hart beständigen monotonen gesichtsausdruck für dein hier und jetzt sprich du gibst oft jemand vor der du gar nicht bist also in dir drin sieht es anders aus ähm ist auch selbstschutz ja auch das darf sich lösen weil wenn du dich wirklich öffnest und mal auch kompensierst was du die ganze zeit runterschluckst dann kann es auch gesundheitlich also in deiner mentalität stärker werden und vor allem deine wahren graben zeigen sich und das ist ja dein ziel wir haben noch die kleine auszeit nimm dir ein wenig zeit für dich möglichst allein und in einer anderen umgebung ein kleiner tapetenwechsel wirkt wunder und schon wieder haben wir die reise da schon wieder wird dir aufgezeigt du darfst etwas in deinem leben anpassen schon wieder heißt es geh auf abstand zu dem hier und jetzt nur damit du dich endlich wieder komplett entfalten kannst für dich ein ganz ganz wichtiger weg glaub an das unmögliche mit dem blauen mond auch hier wird es noch mal ganz klar unterstrichen auch wenn du dinge jetzt gerade noch nicht greifen kannst ja es ist wichtig für dich dass du verstehst alles im leben hat seinen sinn und auch wenn du den sinn jetzt noch nicht dahinter sehen kannst wird dir heute trotzdem ein hohes bewusstsein geschenkt dass du sehr viel klärung in dein system bekommst und an das unmögliche zu glauben bedeutet eben auch wieder zu wissen was wünsche ich mir und träume sind keine schäume träume können verwirklicht werden wenn du nicht guckst was denkt das außen darüber sondern wenn du klar dein weg der seele gehst und für dein wachstum für deine stärke für deine weisheit und vor allem auch für deine eigene sicherheit stehst damit wünsche ich dir ganz viel spaß wenn du mit uns zusammenarbeiten willst oder eine eigene kartenlegung willst dann schau in die video beschreibung dort sind alle coachings ausbildungen und kartenlegungen verlinkt und ich freue mich wenn ich von dir höre auf den 1.2. 3.5. 4.1. 5.1. 5.1.